Ich finde die Kampagne, beziehungsweise jüdisch und christlich näher als du denkst, eine ganz faszinierende Chance mitzubekommen, wie bunt und vielfältig jüdisches Leben hier bei uns in Deutschland ist. Ob konservativ, liberal oder orthodox, jüdisches Leben ist so breit und so vielfältig aufgestellt. Das Judentum hat viele Traditionen und Riten bewahrt. Das beeindruckt mich. Feste Bräuche zu so sinnenfrohen Feiern wie Purim, aber auch solche, die Halt geben in schweren Lebenssituationen, wenn es um Sterben geht, in Trauer. Riten, die es ermöglichen, gottesdienstliche Feiern auch ohne Rabbiner zu halten. Es ist für mich eine faszinierende Chance, auch einmal aus dem Blickwinkel jüdischer Schriftauslegung auf die Bibel zu schauen und zu Gott und Gottes Handeln nochmal anders zu entdecken. Mach mit, wir können so viel lernen über das Judentum und über uns selbst. Amen.